Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Kirby. Ja, heute diesmal wieder nicht alleine. Ich hab ne Name-Kommentatorin. Lalalala. Stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Nintendo-Fan 0505 oder auch Nennen. Nennen ist hier, Nennen ist hier, Nennen ist hier. Juhu, Juhu, Juhu. Yay! So, im letzten Part haben wir hier die ersten zwei Levels gemacht hier in Lulus welche. So, jetzt mal fangen wir mal direkt hier in Level 3, Stage 3, wie auch immer. Ich geh einfach rein. Kirby! Ja, ne kleine Knödel. What the fuck? Ja, mit dem Schwert. Oh, ein Pils. Der ist jetzt Ritter Kirby geworden. What the hell? So, tschüss. Nein, die Kanon, den ich auch noch von Six-T-Fort. Die sind böse. Six-T-Fort. Ja, sag ich doch mal, Six-T-Fort. Ja. Wenn 64-Wir-Sohn, da hab ich noch nicht gespielt, wo ich mich auch noch mal machen. Und ich war nicht, ich bin wieder. Tschüss. Auf, lauf, du bist frei. Nein, Mann. Die sind ja auch. Die saugt. Das sagt, 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 sagt. Das denkt, kann ich im Besen nehmen. Nichts. Wow, toll. Höhe, weg. Das ist ja dumm. Er kann wohl nicht alles nehmen. Komm, Körbys Besen, Frau. Hm, ich hab keine Lust zum Putzen. Feuerball am Meer. Ja, Feuerball ist cool. Weh, er geht ja gut ab. Weh, er geht ja richtig ab, hier. Hm, da soll ich nicht. Ja, wohl, er schafft es sogar noch durch die Elektrobol zu gehen. Ja, er kann es. Das ist unglaublich, der Kamin wieder heute. Die Düsen hier lang und saugen gegen die Wand. Warum ich es tue, ich weiß es aber nicht. Die geht es natürlich nicht. Die sehen sehr professionell aus. Blub, blub. Nein. Böcher Frosch. Komm mal her. Immer diese Frösche. Ja, diese Frösche. Also Frog. Kannst du mich nicht mal hier in den Spielmann ruhe lassen? Verdammt. Ja, war dein Kami, warst du raus, oder? War da auch ein Frosch, oder? Nee, da war eine Wolke, ne? Nee, da war eine Wolke. Kannst du mal direkt mal hierhin kommen. Wenn du nicht schon so frei bewegst zu mir. Und es geht weiter. Ja, er will nun mal sterben. Ah, da gibt es noch was Schönes. Da möchte ich auch nicht hin. Ich finde, Kirby kann ganz schön brutal sein. Auch das ist ein Spiel. Unser lieber Knödel. Ja. Zack. Und... Ja, ich kenne ein paar Millimeter. Ah, fast. Ein paar Millimeter. Wurde es nicht nachgemacht für den Game Boy Advance oder so? Nightman Dreamland? Kann es sein? Aber es ist ein Nightman Dreamland, habe ich noch nicht angefasst. Muss ich noch mal ein Neff auf die Finger, ob er das schon mal rausrückt. Ja, ich habe das von Luxeik Link gesehen, deswegen... Oh, ich mache gerade andere Werbung. Ups. Ach, macht doch nichts. Luxeik Link, guck mal, wir zeigen alles Mögliche auch von dir, reden auch von dir. Kommt nächstes Mal für mich vor. Bin halt leserfaul. Museum, hier stehen einige von Kirby's Gegnern herum. Iss den Gegner deiner Wahl und erhalte seine Special Power. Ja, das ist cool. Okay. Komm, wir haben... Einen Gegner? War ja nicht gerade von mehreren die Rede? Wollen wir verarschen? Hm? Ich glaube, du musst weitergehen. Einfach. Oder? Nö. Hört nicht so aus. Hä? Ich habe auch ein Schwert. Ich gehe so weiter. Tschüss. Höhö. Oh, dann gehen wir mal hier rein. Welt IV. Yay. Tantent. Oh, ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Bäume in Walz. Lululow, Sfälchen, Hals. Da, 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 da. Schuss ab. Magdäume. Wollte gerade sagen, ich würde wohl... Wenn mich jetzt wieder trissen, du bist, wie... Ja, jetzt gehst du nach links, oder was? Herr Papaya. Oh mein Gott, Alvalros. Ich habe ja so Angst. Oh mein Gott, das sieht süß aus. Ja, toll. Hast du dir gerade den Arsch gezeigt? Er kriegt ein Klommenzöpfchen jetzt von mir. Zack, so geht das. Soll ich den nehmen? Nö. Pech. Ich mag gerade eine Feuerwehr so schön. Macht so schön Spaß. Wow, wow, wow. Zack, mit dir durch, düsen hier. Na, wirst du mal starten. Kann er aufhören? Ne, doch nicht. Das ist eine Taste gedrückt, halt, komm mal, ne? Ja, möser Pilz. Oh. Ohne wehgetan. Diese Pilze sind echt heftig, die sind ja heftiger als in Mario. Ja, die machen... So ein Starry. Mario machen die groß, aber irgendwie... Warte mal, der sieht mir sehr interessant aus. Aber er hat mir jetzt den Feuerwehr mitgeschluckt, verdammt. Ich hab's geahnt. Das ist fies. Ja, das ist auch fies. Und ich glaube, ich sterbe gleich. Nein, ich sterbe, Gobi. So, jetzt kann ich mir den Igel holen. Jetzt bin ich der tolle Igel. Zack. Spikes. Und nochmal, warten wir. Zack. Geh wieder. Hopp. Oh mein Gott, fährt bloß nicht bedrohlich. Oh, der... Ich warte, du? Ja, warte, du ist es, ne? Ja, warte, du waren die, sind die, glaube ich. Und warte, die sind die normalen. Hm, die nix können. Ja, piep, piep, piep. Ja, piep mich nicht an. Ich weiß selber, dass ich fast kaum Energie habe. Ey, warte mal, da ist der Lolli. Unverwundbarkeit. Oh, die sind toll. Da ist man voll auf Speed und so weiter. Hm, die Musik gefällt mir schon. Hm. Ich höre sie zwar nicht, aber ich glaube, ich kenne sie sogar. Kann dir ja geil vorsorgen. Dä, 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 dä. Ja, die kenne ich. Oh. Jetzt schauen wir diesmal. Höh? Ich könnte schlafen, ich habe die A-Taste am gleichen Zeitpunkt gedrückt. Dieses Spiel versucht mich zu veräppeln. Oh, da ist D, D, D. Hm, D, D, D. Und was ist hier? Hier ist nichts geschlossen. Ja, toll. Nächste mal wieder. Warten Sie die Öffnungszeiten. Hm, was haben wir denn hier? So. Ja, piep mich an. Haha, hoffentlich sterbe ich jetzt noch hier. Ach, jetzt kommt doch dieser Baum. Stumm, bumm, Stumsumpf. Ach komm, den mache ich so kalt. Zack, zack, zack. Der ist ja so ein schwerer Gegner. So. Ah, ein Sternzepter. Oh, jetzt feult er. Tut mir leid. Oh, ich brauche zu zepter. Da, 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 da. Zack, gewonnen. Yay. So, Welt 2. Insel der Gnome. Schön dreaming. Das sieht schön aus. Hä? Hä? Süß. Ah, jetzt hab ich wieder voll Energie, das ist gut. Dann wollen wir mal... Oh, Igel hab ich noch. Dann... Nächsten Level. Yay! Ich renne hier einfach durch. Auf einer schönen Insel. Ich renne hier einfach durch mit explizitenden Kaktus, sag ich hier. Kokosnüsse, Mann. Schön Palmen und Sandstrand und Sonne und mehr. Jetzt will ich in Urlaub. Ja. I'm looking for freedom. Schon klar. Aber what... OMG! Was war das? Bombenkakt... Wollte schon wieder Kaktus sagen. Kokosnüsse! Tschüss. Oh, du hast der Power verloren. Ich hab irgendwie Hunger auf dem Bounty. Oh, ich hab gerade Nodella gegessen. Ja, Nodella ist aber lecker. Yeah, jetzt bist du wieder Kirby. Nodella Kirby. Nodella Kirby. Oh, schade, das ist der Tornado, den wollte ich nehmen direkt. Egal, nimm mal das jetzt. What? Geil! Hat er nichts gebracht? Egal. Nimm mal den Tornado. Tornado! Tornado! Tornado wertig. Haha. Yay! Warum schon wieder die 2 zu 1? Oh, schade. Egal, was wir nicht haben, haben wir halt nicht. So, was haben wir denn hier oben? Oh, das kenne ich noch von früher. Ah, ja? Ich nehme mal kurz mal ein Schlüschen Kohle dafür. Oh, süß sind deine Vögelchen. Mal auf, hier sind nämlich Reflexe gefragt. Das wollte ich mal kurz ein bisschen auftanken. Ach, liegst du da mal wieder vor. Eider, Dotter. Mit den Knöpfen öffnet sich Kirby's Mund, um die Eier zu fangen. Ist aber niemals eine von den Bomben. Ach. Ah. Ach, kein Ding. Pass mal auf. Guck mal, ob ich noch gute Reflexe habe. Oh, DDD. Hat der uns gerade den Stinkefinger gezeigt? Keine Ahnung. Das sah so aus. Wow. Hey, du bist gut. Verdammt. Einer hat mir gefehlt. Verdammt. Einer hätte gefehlt noch. Oh, jetzt schlüpfen die. Einer hat mir gefehlt. Ach, süß. Nur ein einziger. Verdammt. Egal. Aber schon mal gut für das erste Mal nach langer Zeit. Hm, das war sehr, sehr gut. Ich hätte es nicht so jünger gekriegt. So wie ich meine Reflexe kenne. So, jetzt können wir jetzt mal hier weiter. Oh mein Gott. Ein kletternder Gegner. Ja, ein Äffchen. Warum man nicht... Süß, ich mag Äffchen. Ich habe ja noch Donkey Kong von mir, der wird wird werden. Ach, unseren alten gekannten Warpstern. Kennen wir ja auch noch aus Streamland und aus allen anderen Kirby-Teilen halt. Einfach draufhüpfen. Und wir starten. Den gibt es auch im Kirby-Anime. Ja? Ja. Das ist Kirbys Power-Stern. Der hat dadurch seine ganze Kraft und so weiter. Es ist voll süß gemacht. Und mettern halt mit mexikanischem Dialekt. Okay. Ich finde es klasse. So. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder. Das sind Kacktee. Kacktee. Zack. Ich bin nämlich ein bisschen begehrig auf diesen Typen. Ja, den ist auch. Ach, wo schieß ich denn hin? Super, hey. Nein, 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 nein. Ich brauche, die Sonne war. Na, weil man ab sie ruhig nach Weg gemacht hat. Und den hast du... Ach, no. Ach, so. Jetzt kann ich mich mal schön in heißen Reifen spielen. Uh. Nium. Nur als ein Walking Downs. Jetzt ließ du alles um. Ah, Warner, ah, way, ah. Und weh. Und weiter geht's. die Union der Brüder springen das ist blöd egal sprich ich halt auch so manche eine Masse und nicht nach nachkommen jetzt gehen schade und wie immer wer war nun mal morgen haben bitte Und ach Gott, mein Lieblingslevel Boah, doll Körbiskran